Das Kreuz ist für uns das zentrale Symbol als Christen. Einerseits steht es für Hass, Terror, Gewalt und Tod. Zum anderen verkörperte es aber auch für uns die Liebe Jesu Christi. Gerade zum Osterfest und an Karfreitag wird das Kreuz für uns nochmal neu in den Mittelpunkt gerückt. Jesus wurde am Kreuz gebrochen durch seinen Tod und seine Auferstehung, hilft er uns aber auch die Gebrochenheiten unseres Lebens zu heilen. Im Namen des Bonifatius-Werkes wünsche ich Ihnen diese Erfahrung in all den Dunkelheiten und Gebrochenheiten unseres Lebens, dass uns von Ostern her ein Fest der Auferstehung, eine Ermutigung geschenkt wird, auch in unserem Leben aufzustehen für das Leben. Gesegnete Ostertage!